Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Warst du ready? Nein, ich hatte meine Aufnahme nicht gestartet. Und damit habe ich glaube ich nicht drauf. Okay, aber kann ich jetzt so drin lassen? Okay, willkommen zu einer weiteren Episode und wir joinen in 3, 2, 1, go. Wait a second, hat da gerade jemand geschrieben im Discord? Äh, ich glaube nicht. Wäre auch ziemlich weird. Nee. Ähm. Ah, mir hat jemand eine Pen geschrieben. Ich habe nur ein Discord gehört, deswegen. Monka Omega. So, ähm, also es gab, ähm, das andere Team war ein bisschen, ich will nicht sagen, mad, aber... Nö, die waren nicht mad. Echt nicht? Nein, die waren nicht mad. Okay. Davor habe ich halt legit so, 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 ich will halt nicht irgendwie Böses machen, you know. Nee, die waren, die waren nicht mad. Dass irgendwer mad auf uns ist. Der wird denen schon noch geschrieben danach. Ah, okay. Weil, äh, ja, wir sind halt super schnell gejoined und, äh, man hört zum Glück bei denen in der Aufnahme, dass wir halt legit, äh, gejoined sind. So. Ähm, genau. Dann würde ich jetzt... Alter, warum sind meine Microsofts sonst so laut? Keiner wird unsere Episode schauen. So, hier, bitteschön. Zack. Ähm, und ich gehe jetzt wieder in den Etat. So. Äh, für die Zuschauer, wie sieht jetzt der Plan aus? Ähm, wir fahren die Episode noch Quads. Und, äh, so, das heißt, also, momentan kommen die Folgen mitten am Tag nicht wundern, weil wir halt sehr viel irgendwo produzieren sind und alles. Ähm, und heute ist halt... Also, wir nehmen das jetzt hier am... Heute ist los. Okay. Äh, an dem Donnerstag auf. Das ist die Folge für Samstag. Und, oh, und du meinst, wir sollen... Also, ich würde halt morgen noch eine Folge, also Freitag aufnehmen, sodass wir am Sonntag die letzte Episode hochladen und dann zwei Folgen aufnehmen können. Und dann würde ich am Sonntag halt wieder anfangen, Leute zu snipen. Also, dass wir am Sonntag vorbereiten, können wir ja dann. Und... Okay, am Sonntag bereiten wir uns. Genau, und dann können wir eigentlich schon wieder snipen, weil dann habe ich halt auch frei wieder... Also, ich hab halt nächste Woche noch komplett Urlaub. Ach so, ja, Montag ist eh, äh, Freitag, ne? True. True. Deswegen mach ich auch die Feier am Samstag. Es gibt nämlich keine... Keiner kann die Ausrede sagen, dass er am Montag arbeiten muss. Ich hab mir da schon was bei gedacht. Oh, vielleicht komm ich auch spontan vorbei, ne? What? Ja, gerne, ne? Ey, da... Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich am Wochenende sein bin. Wir sind halt viel zu viele, ne? Wir sind... Also, ich hab legit zu wenig Stühle. Ich bin heute noch bei meinen Eltern. Da frag ich mal nach. Ich frag meine Schwester, ob, äh, sie auch noch Stühle hat. Ich brauch keinen Stuhl. Ich brauch keinen Schlafplatz. Ich schlafe auf dem Boden. Ja, das kommt halt mit dazu, dass voll viele halt... Das ist halt so, ich sag mal, in Anführungsstrichen das Problem, wenn man viele Online-Freunde hat. Ähm, die kommen halt von Weitem und dann musst du halt legit Schlafplatz haben für die. Und ich hab irgendwie acht Schlafplätze. Und du kennst meine Wohnung so, so, so langsam wird's knapp. Also, zwei steck ich ins Arbeitszimmer. Drei bis vier passen in mein Schlafzimmer. So, dann können zwei auf der Schlafcouch. Mhm. Und im Wohnzimmer ist noch Platz für drei Leute. Yeah, das soll genügen, ne. Elf, so, siebze... Wir wären vermutlich siebzehn Leute. Ah. Scheiße, ich bin Inter. Was? Okay, ich muss zurück. Äh, kannst du mir die Quads vom Portal sagen? Äh, circa achthundert und dann dreihundert irgendwas. Aber ich weiß nicht, minus? Achthundert minus dreihundert könnte sein. Ja. Äh, ne, ne, nicht 800, sondern irgendwie so 80 oder so. Ansonsten, ich glaub, du hast es mir in den, äh, Discord-Chat gepostet. Ja, ich muss kurz rauskommen dafür. Äh, in... Ah, warum mach ich denn sowas? Ich bin Idiot. Was hast du denn gemacht? Irgendwas vergessen? Ich hab kein Holz mitgenommen. Oh. Meine Pickings ist kaputt. Uh. 55, 91, minus 444. Ich empfehle immer irgendeinen Stack Locks irgendwie dabei. Ja, hab ich auch normalerweise. Ja, aber warum hast du das nicht dabei? Ich weiß es nicht. Oh no, he's retarded. Ich hab's normalerweise wirklich immer mit. Hm, ja, normalerweise immer. Das ist, ist gut. Gute, gute Aussage. So. Genauso wie ich immer ein, zwei Stacks Blöcke im Inventor habe. Ich hab meistens vier sogar. Sag mich, komm hier durch. Ja. So. Hier irgendwo sein. Sollte ich zuerst ein Bruststück komplett voll machen und dann mit dem neuen beginnen, oder? Hm, nee, würde ich nicht machen. Also alles immer gleich erhöhen? Ja, ja, ja. Okay. Ich hab's nur gemacht, weil ich ja keine DIA-Teile hatte. Keine anderen. Deswegen hatte ich die schon erhöht. Ah, okay. Ja, ich bin wieder am Spawnen. Also ich muss sagen. Oh, hier ist ne Kiste. Auch wenn irgendwie, auch wenn das der Sinn von so nem PvP Event bin, habe ich übelste Probleme damit, dass wir die Leute killen, ne? So. Nicht. Bitte? Ich nicht. Hab damit keine Probleme. Ich hab noch genug Essen, oder? Ich hab noch genug Essen. Du hast Folge reingepostet, ne? Ja, hatte ich. Okay. Warum? Wieso? Kann ja sein, dass uns einmal snipen will. I'm sorry für die Discord-Sounds. Ich krieg die ganze Zeit Sounds, weil ich außerdem nen Chat nicht mehr gemutet habe, den ich... Die Folgen-Chat? Ne, ne. Ich hatte nen Discord-Chat gestern gemutet, aber äh, heute ist er wieder unmuted worden. Automatisch. Automatisch? Hä? Yes. Weil ich dir nur vor 8 Stunden gemütet habe. Ja, so. Ich glaub ich schaff's legit nicht die 29 Level. Wie hast du so schnell so viel Level bekommen? Einfach die ganze Zeit... Die ganze Zeit Quartz abbauen? Ja, nice. Ja. Also viel Quartz gibt's hier wohl leider nicht mehr... ...um die ganze Zeit Quartz abbauen. Ja, also nicht am Sworn, ne? Ich muss natürlich wieder weiter weg werden. Ja, ein paar Meter vielleicht. So. Protection 1, Protection 1, Protection 1, Protection 1. Boah, ich mach mir grad echt gut Rüstung, muss ich sagen. Ist wichtig. Richtig und wichtig. Richtig und wichtig. Boah, vielleicht müssen wir actually noch eine Episode farben, weil ich halt so viel... Ah, ich hab so viel Quartz und ich bekomm grad die ganze Zeit Protection Bücher. Aber wirklich die ganze Zeit. Alle Bücher, die ich jetzt bekommen hab, Protection. Nimm so viele Protection Bücher mit wie möglich, ne? So, nun kann ich die auch noch brauchen. Ja, ja, okay. Ich hab auch welche, aber... Ich muss jetzt erst mal 29 Level farben, damit ich, äh, mein... Äh, es geht Maxima Protection 4, ne? Ja. Ja. Ja, hab ich gleich. Will. Okay, erst mal, dass ich nichts... Äh, ich mach einfach auf die Schau... Auf die Spitzhacke. Scheiß drauf. So. Kannst du einfach deinen Spitzhacke verzaubern, kriegst du schnell Level, lol. Ja, hab ich, äh, Protection... Okay, ich brauche dafür 5 Level für Protection 3. So. Äh, ich hatte irgendwo noch Quartz gesehen. Ah, hier vorne. No. Da geht's weiter. Da gibt es noch jede Menge Quartz. Gut, der Nachteil wäre, wenn jetzt irgendwer... Okay. Ja, okay. Ist vielleicht gut, dass wir die ganze Zeit jetzt das farmen. Denn. Weil... Es könnte halt jetzt legit jemand sterben in der Zeit. Ja, dann müssten wir halt aus dem Nether teleportiert werden, ne. Achso, werden wir teleportiert, dann müssen wir rausgehen. Wir müssen rausgehen, aber... Ja, wollen wir da. Aber wir werden jetzt nicht sterben. Vielleicht sowieso nächste Episode. Ja. Ich glaub, wir brauchen noch... Haaa... Also, ich würd gern eigentlich noch ne Episode weiterfarmen und dann nächste Episode... Ja, wir können ja am Ende zum Ausgang laufen. Ja. Und halt gucken, wo war das nächste Team, was wir snipen wollen. Mhm. Also... Leute, ihr braucht nix, äh, uns snipen. Wir... Ich werd auch jetzt nicht F3 drücken, weil ich halt super tiefen Nether bin. Ich hab die ganze Zeit F3 aktiv, Leute. Ich hab keine Angst vor euch. Kommt, kommt her. Kommt her, meine Freunde. Ich erwarte euch. Ich hab in der Aufnahme gesehen. Dein Gegner hat sich halt nicht mal umgedreht, um dich anzugreifen, ja. Ja, ja, ja. Hab ich gesehen. Der hat sich immer umgedreht, um zu gucken, wo ich bin. Ja, er hatte... Er hatte... Also, er... Es war klar, dass er kämpfen muss. Mhm. Aber... Er hätte halt nicht kämpfen dürfen, als, äh, der Hunger weg war. Weil... Oh. Oh. Musst halt vorher kämpfen. Ja, ja. Also... True. So. Und vor allem nicht umdrehen, um zu gucken, wo ich bin, weil das verlangsamt sich halt... Hier ist ein Enchanting Table. Hier ist ein Enchanting Table. Ich hoffe, das überlebe ich. What? Das ist ein Enchanting Table? Ja, hier ist ein Enchanting Table. Nimm mit. Einfach so random. In der... In der Pampa. Nimm mit. Nimm mit. Oh no. Und dann muss ich aber ganz schnell los. Warum? Ja, nicht, dass er ein Team ist? Und... Ja und? Imagine... Imagine, wir haben einfach legit von dem Team grad den Enchanting Table geklaut und die haben keinen mehr. Ja eben. Das kann ja sein. Das wäre so lustig. Das wäre so funny. Das kann ja actually sein. Wenn ich nicht weiß, dass da ein Team ist, zählt es als, äh... Nein, du machst da keine Lava hin. Kann ich auch noch WhatsApp Nachrichten? Wieder deine Mom? Keine Ahnung. Möglich. So. Wenn ich hier runter falle, bin ich dead. Protection Fairbrust Platte. Nice. Alter, meine nächsten Eisen Pickaxe ist schon wieder kaputt, ne? So gut wie. Die ich mir eben halt neu gecraftet hab, ne? Ja. Das ist, äh... Krass, wenn man so viel abbauen und alles... Wahrscheinlich brauchen 29 Level, ey. Man kriegt halt so viel XP. Es ist so unglaublich. Man kriegt halt so wenig XP. Die letzten Level sind echt ein Krampf. Nö, das geht schnell, finde ich. Oh, so viel Quarz. Jaaaa! Jetzt gleich sollte es vorbei sein, ne? Ja, wir haben noch eineinhalb Minuten ungefähr. Echt? So viel? Okay. Eine Minute. Oh, war ja gut geschätzt. Naja, wenn rechts an der Seite eine Minute steht, haben wir halt noch Zeit. Über die Minute. So, lol. Ah, okay. Oh, lol. Okay. So, Level 15 dann für nächste Episode zum Entstanden. Jaaaa, ich bin fast Level 29. Ich bin jetzt Level 29. Oh, ich hätte nur 27 gebraucht, ich inter. Egal. Ich habe das Schwert. Okay. Alright. 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 Da haben wir doch wieder eine produktive Folge gehabt. Yes! Let's go! Oh boy, gar keinen Bock, dass wir... Ah, okay, wir werden nicht gesniped, glaube ich nicht. Ähm. Ne, können wir ja gar nicht. Wenn wir morgen noch eine Episode aufnehmen, dann können wir nicht gesniped werden. Wir haben jetzt gesagt, wir nehmen morgen noch eine auf, ne? Äh, ja. Okay. Ja. Alright. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und, äh, ja. In der nächsten Episode werden wir sehr wahrscheinlich schon mal das nächste Snipen vorbereiten. Vielleicht. Gucken wir mal. Ja, wir werden uns auf jeden Fall aus dem Nether bewegen und, äh... Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, okay, vielleicht. Mal schauen, wo wir uns hinstellen, dass wir vielleicht einfach Leuten nachjoinen. Nächstes Mal. Alright. Also übernächstes Mal. Ja, genau. Alright. Bis dann. Bis dann. Ciao. Eww. Ja. Ja.